hey ho und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von dead cells ich werde jetzt wahrscheinlich nach dieser folge ist so machen dass dieses spiel nur noch alle zwei tage erscheint zweiten grund erstens gehen die aufrufe zurück und zweitens habe ich immer weniger lust es weiter aufzunehmen weil ich halt auch nicht wirklich vorankomme also das ist mir nicht übel vielleicht wird es auch irgendwann komplett eingestellt werden wir noch sehen jetzt geht es zur schwarzen brücke ich bin ja bei der letzten folge wieder mal gestorben und das regt mich langsam komplett auf ja es macht keinen spaß mehr kommt der portier wieder mal mit aller schlimmste an dem gegner ist was 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 Oh, war das Knüppel. Oh, vergessen zu springen. Na, ich wollte eigentlich noch rüberjumpen. War das knapp. Das ist richtig, richtig mies, was der macht. Ich kann übrigens manchmal auch nicht angreifen. Vor allem, wenn ich gerade mit irgendwas hier rumballern... Ja, ich muss mich heilen. Na, komm, jetzt stirb, du Sack! Na, geht doch. Naja, ein bisschen Geld können wir mal gut gebrauchen. Was ist das denn hier? Hokotusbogen? Infalle Trigranate. Achso, kann ich nicht verkaufen, weil schon Kohle ist. Naja. Passiert. Okay, no. Ich will jetzt lieber das hier einsetzen. Goldreserve 3. Da kann ich bis zu 10.000 Goldstücke behalten. Das ist schon mal gut. Okay. Deckenschütz. Hier heftige Granate. Oder gewaltige Granate. Ich glaube, das werde ich jetzt mal nehmen. Weil eine große Explosion ist manchmal ganz witzig in dem Spiel wahrscheinlich. Jetzt geht's wieder mal zur Ufersiedlung. Einfach mal die Daumen drücken. Vielleicht schaffen wir's ja. Kann ja nicht immer so kacke laufen, oder? Oder doch? Hoffentlich nicht. Ey, diese scheiß Waffe, die er da hat. Oh ja, er hat mich noch getroffen. Dieser Sack. Am allerschlimmsten sind eigentlich genau die Scheißgegner hier. Hier, guck mal, was ich für dich hab, mein Freund. Geht doch. So, nicht anders. Oh, wieder ein bisschen Kohle. Mann, ich will den aufnehmen. Danke. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wir haben ja irgendwo, 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 irgendwo. Ein Pergament. Bevor ich da reingehe und mir einen Schlüssel besorge. Oh, da haben wir hier eine Truhe. Okay, da komm ich nicht hoch. Schade. Ich hol mir jetzt erstmal den Schlüssel. Dann, ähm... Ach ja, schön. Und dann gehe ich, äh... Ja, wo derjenige wieder seine Truhen oder so anbietet. Also nicht Truhen, ich meine seine Gegenstände oder Waffen anbietet. Ich labere heute ein Müll zusammen. Ich glaube nicht, dass ich mir damit besonders viel leisten kann, aber ist erstmal egal. Das spielt gar keine Rolle. Ah. Das würden eigentlich 32.000. Ey, das ist krass. Also eigentlich müsstest du deine Kohle aufheben. Weil mit 32.000, da kannst du echt schon so eine Fiolen-Nachfüllung kaufen. Und das bringt dich gerade im Besonderen... Oder wenn du dann keine Heilung mehr hast. Denn auch weiter. Oh, was haben wir denn hier? Bürger. Jeder, der seltsames Verhalten an den Tag legt oder Krankheitssymptome aufweist, ist umgehend und ohne jede Ausnahme der örtlichen Patrouille zu melden. Dieses königliche Banner wurde besudelt. Der König entführt und verbrennt unsere Kinder. Aufwachen! Okay. Leben denn noch welche von denen? So, bis jetzt ist es relativ ausgeglichen. Jetzt gehe ich nur ein bisschen mehr auf Schaden. Hacken, Grund. Damit ich nämlich... halt ein bisschen mehr austeilen kann. Hallo? Ey, das ist... Das ist vielleicht mal Gemeingrad gewesen. Heilung. Heilung. Okay, das habe ich gut gemacht. Alter, es gibt hier halt... So viel... Was ich mitnehmen kann. Ihihi. Hat ja gerade gelacht. Oh, nochmal ein Pergament. Denn nehmen wir... Ja, wenn das ungefähr ausgeglichen ist. Komm. Okay. Fleischspieß. Können wir mal gut gebrauchen. So, jetzt ist die Frage... Warte mal... Ja, genau, wo die Truhe ist, oder? Oder war hier noch... Was anderes? War doch gerade eine Tour, oder? Guck ich falsch. Das ist gerade eine miese Kiste gewesen. Aber gut. Machen wir weiter. Was ist das denn? Ähm... 31 Schaden? Gegen Bluten ist Ziel. Dauert genauso lange. Naja. Was soll's? Ich werde mich mal einmal heilen. Ho, ho, ho. Was haben wir da? Ähm... Vielleicht hätte ich ihn auch noch nicht essen sollen. Ich weiß es nicht. Perfekt. Da brauchst du einen Schlüssel. Schlüssel. Oh, warte mal. Einen Dorfschlüssel bräuchten wir dafür. Gut zu wissen. Den haben wir natürlich nicht. Den haben wir leider nicht. Alter, wie viele... Gegenstände wir hier gerade kriegen, ne? Okay. 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 Den Schlüssel hole ich mir mal vorsichtshalber. Ah, guck mal. Wir heilen uns zum Glück auch. Oh, da hab ich ihn gerade gesehen. Glücklicherweise sind es nicht so ne großen Dungeons. Was ich schon mal bevorzuge. Hier. Oh, jetzt kommen wir sowieso wieder zum Glockenturm. Oh Gott. Ist ja immer wieder dasselbe. Vom Glockenturm kommen wir, glaube ich, zur Burgfestung. Und von der Burgfestung dann zum Thronsaal. War klar. Warte mal. Ich habe 19 Zellen. Kann ich die gewaltige Granate holen? Oh. Ja, siehst du. Warum nicht? 11 habe ich noch übrig. Jedes Outfit. Wie viel Schaden macht die? Das ist nicht dein Ernst. Alter. Ja, ich weiß, wie viel Schaden die macht. Aber ich verkauf's erst mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle übrig. Und weiter gehen können wir auch. Dann machen wir das doch. Ich will nicht wissen, wie häufig ich hier diese ganzen Gebiete durchcampt habe. Oder wie viele Spielstunden da schon drin stecken. Au. Alter. Ey. Ich habe da gerade überhaupt gar keine Chance. Ja, mach das mal so. Spare ich mir ein bisschen die Arbeit. Okay. Wurde ich getroffen? Ich weiß gerade nicht. Ich muss eh nach oben. Ey, das geht gar nicht. Oh Gott. Ja. Und tschüss. Ja, mit der großen Mumme wäre der wahrscheinlich schon was für Dode gewesen. Aber ist egal. Kack drauf. Au. Alter. Cool. Dann mache ich danach wieder Taktik. Wie gesagt, damit es ungefähr ausgeglichen ist. Weil ansonsten könnte es nämlich extrem schwer werden. Und das wollen wir noch nicht, oder? Etwa doch. Alter, war das knapp. Au. 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 Ey, Alter. Der Gegner geht mir echt so derbe aus dem Sack. So, jetzt Taktik. Perfekt. Nö. Ah ja, wir haben eine Energiezelle. Ja, und eine Menge Schaden natürlich auch. Den wir gerade abgekriegt haben. Oh. Nice. Da haben wir eine Truhe. Eine Bärenfalle. Verkaufen war. Oh, 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 oh. Okay. Ähm. Das ist schon mal gut gewesen. Also lief auch besonders gut gerade. Oh, 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 oh. Ey, ne, jetzt. Bloß nicht verrecken, Junge. Alter, was geht denn hier noch ab? Ich brauche doch, brauche ich nicht einen Schlüssel oder so? Okay, was kriegen wir da? Okay. Okay. Ein bisschen mehr Heilung. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, werde ich das immer ausgleichen. damit die Chance, ja, relativ gleich bei allen Fähigkeiten ist. Ich brauche jetzt nur noch einen Ort. Ähm. Ja, haha, mich kriegst du nicht. So, warte mal. Ich muss weiter nach oben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was macht der hier vor? Oh. Oh. Ich dachte, das funktioniert trotzdem. Aber nö. Den Gegner mal auf die Art und Weise auftritt, sind ja bestimmt geil. Uhrmacher-Schlüssel. Also ist das hier der falsche Weg? Wo war denn das? Bei der Tür da hinten? Oder ich gehe da weiter. Das heißt ja nicht, dass ich wirklich... Will ich zum Uhrmacher eigentlich nicht, oder? Bleibt eigentlich nur noch der Weg hier hinten. Ich glaube, wenn wir etwas nach links gegangen wären, dann hätten wir nur den, ähm, Uhrmacher-Schlüssel bekommen. Huh. Alter! Ne, wir haben einen Händler. Ähm. Brauche ich doch einen Uhrmacher-Schlüssel. meine Fresse. Ich finde irgendwie den Schaden der Waffen nicht besonders hoch. Achso, ja, kann ich nicht kaufen, weil das 18.000 kostet und ich nicht ganz so viel Kohle habe. Ich glaube, ich brauche tatsächlich den Uhrmacherschlüssel. Es gibt keinen anderen Weg hier. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich mache jetzt erstmal die Düren auf. Dann besaue ich mir den Schlüssel und dann mal gucken, was uns hier erratet. Die versuchen sich natürlich immer von Blinken anzuschleichen. Und nochmal ein Pergament. So, machen wir die Brutalität? Ja. Die Brutalität erhöhen. Später als nix. Oh Gott, ey. Das ist abnormal. Was haben wir noch hier? Ist da mal jemand drin? Nö. Shit. Ey, über 9.000 Leben, ne? Okay, hier geht es nicht weiter. Da haben wir nur einen Bogenschützen. What? Achso, hier geht es weiter. Da brauche ich aber auch den Uhrmacherschlüssel. Ne, den Glockenturm-Schlüssel. Warte mal. Au. Ich habe bloß gleich keinen Trank mehr. So, warte mal. Wo war denn das mit dem Uhrmacher? Ne, das kann nicht sein. Das muss das hier gewesen sein. Ja, das ist das eigentlichste Schloss, ne? Ja. Genau, dann sind wir wieder bei der Turmuhr und machen gleich wieder den nächsten Boss platt, wenn ich das noch schaffe. Und dann würde ich ausmachen. So, wir haben 30 Zellen. Ja, komm, dann müssen wir eins freischalten, was genau 30 kostet. Und dann ist gut. Wir haben ja noch zu verlieren. Also, außer die Zellen und unser ganzes Geld. Aber ansonsten nix weiter. Oh, Medizin-Fiole. Vier. Kostet 300 Energiezellen. Mh-mh. Ne. Der bringt mir nix. Da kann ich nur Spreider machen. Ich würde jetzt sagen, ich hoffe, dass wir eine Chance haben. Aber ich glaube, so schwer sollte es jetzt nicht werden. Oder? Ne, ich glaube nicht. Die Turmuhr. Alter, das könnte jetzt hart werden. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Naja, komm, Hüterin der Zeit kämmen wir schon. Ich muss mich heilen. Alter, das ist... Ist das abnormal? Na, jetzt wird es hart. Fuck. Er hat mich jetzt gerade mir gerade abgezogen Verdammt, ich muss mich nochmal heilen Schön Ja, alter war das knapp Alter Ey Leute, das war alter Falter Jetzt werden wir mal wieder bei der Gipfelburg Das ist einfach so abnormal So, nee, hier können wir nur neu Achso, neu schmieden, warte mal Nö So, wir haben jetzt 21 Zellen Ja, komm hier, mach mal das Outfit rein Wenn nicht, muss ich mal Zellen farmen So, kann ich nichts machen Ich glaube, wir machen noch bei der Gipfelburg Einfach mal bis zum nächsten Transporter Weil da kannst du abspeichern Und das Spiel geht da nämlich weiter Das geht allerdings nur bei den Teleportern Also weiter außerhalb sollte ich das nicht machen Und dann kommt gleich hier Und dann macht keinen Spaß Hey, das macht Ihnen gar nix Alter, das macht Ihnen wirklich gar nix So, Leute, ich würde sagen Wir machen jetzt hier erst mal aus Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer Sonst liegt aber daran Weil ich andere Videos habe, die länger sind Von daher muss Dead Cells mal ein bisschen In den Hintergrund rücken Es hat mich trotzdem gefreut, dass ihr dabei gewesen seid Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge Bis dann und Tschüss